Die Mitarbeiter im Fastfood-Restaurant klaren vielleicht was von deinem Essen, wenn sie hungrig sind. Ein virales TikTok-Video zeigt, wie Mitarbeiter einen Streifen aus der Mitte einer Pizza herausschneiden. Sie stibitzen also ein gutes Stück. Dann schieben sie die Pizza wieder zusammen und ihr fällt überhaupt nicht auf, dass etwas fehlt. In Wahrheit ist nie ein Apfel auf Isaac Newtons Kopf gefallen. Er machte sich lediglich Notizen, als er sah, dass Äpfel stets senkrecht zur Erde vom Boden fallen. Der Apfelzwischenfall ist nur ein Mythos. Nicht nur Vögel bauen Nester, Gorillas auch. Sie bauen Nester in Bäumen und am Boden, um darin zu schlafen. Dabei sind sie sehr wählerisch. Sie schlafen niemals zweimal im selben Nest. Die leckeren Lebensmittel aus der Werbung wirst du ganz bestimmt nicht essen. Dieser Sirup, der über die Eierkuchen gekleckert wird, ist in Wirklichkeit Motoröl. Es fließt einfach schöner. Oh, und dieses Eis könnte Kartoffelbrei sein. Hamburger sehen so schön glänzend aus, weil sie mit Schuhcreme bearbeitet wurden. Lecker. Milch ist nicht gut für Katzen. Die meisten Katzen sind laktoseintolerant. Lass sie also auch nicht zu nah ans Eisauto. Deine Nagelfeile ist nicht ohne Grund so dick. Unter der obersten Schicht verbergen sich weitere Pfeilen. Wenn eine Schicht abgenutzt ist, ziehst du sie einfach ab und verwendest eine neu. TikTok hat ein Geheimnis bei Spielkarten gelüftet. Sieh dir die Karo 8 an. Verbinde die Innenkanten der Karos und bereite dich auf eine unglaubliche Entdeckung vor. Wetter-Moderatoren sehen selbst nur auf einen Bildschirm, während sie das Wetter präsentieren. Sie filmen die Sendung vor einem Greenscreen. Die Wetterdaten, die wir hinter dem Moderator sehen, sind eigentlich gar nicht da. Er schaut selbst auf einen kleinen Monitor, um zu sehen, was die Zuschauer sehen. Babykarotten gibt es gar nicht. Sie sind ganz normale Mo-Rüben, die einfach nur in Form geschnitzt wurden. Babykarotten wurden erfunden, um Makel- und Schimmelstellen an großen Karotten wegzuschneiden. Olympische Goldmedaillen bestehen in Wirklichkeit aus Silber. Moment mal, wie bitte? Ja, die letzte echt goldene Medaille gab es 1912. Seither besteht eine Goldmedaille nur noch zu 1% aus echtem Gold. Mäuse mögen gar keinen Käse. Sie bevorzugen zuckerreiche Lebensmittel. Nicht zuletzt wird Käse von Menschen hergestellt und ist in freier Natur gar nicht zu finden. Aubergine nennt man nicht umsonst auch Eierpflanze. Die Jungfrüchte sehen tatsächlich wie Eier aus. Sie sind sogar weiß, bevor sie sich lila färben. Auch im Weltraum gibt es Schwerkraft. Sie sorgt dafür, dass die Sonne an ihrem Platz bleibt und Umlaufbahnen möglich sind. Allerdings ist sie viel geringer als auf der Erde. Während Astronauten also aussehen, als würden sie schweben, fallen sie in Wahrheit wahnsinnig langsam. Eulen sehen aus, als hätten sie winzige Beinchen. Aber wenn du ihre Federn anhebst, wirst du überrascht sein. Ihre Beine sind sogar verdammt lang. Deine Haare werden durch Rasieren nicht dicker. Weder Dicke noch Wachstumsgeschwindigkeit oder Farbe werden durch Rasieren beeinflusst. Candy Corn ist nach Mais benannt, sieht doch aber gar nicht so aus, oder? Falsch! Wenn du die Bonbons im Kreis anordnest, sehen sie aus wie ein Maiskolben. Nach all den Jahren fand ein genialer TikToker heraus, dass wir diese Saftflaschen schon immer falsch bedienen. Wenn du den oberen Teil abrupfst, um aus der Flasche zu trinken, machst du es falsch. Du brauchst nur die Spitze abschneiden. Und schwupps, ein Strohhalm. Wenn du den Deckel jedoch wie gewohnt abreißt, kannst du ihn umdrehen und den Strohhalm in das Loch stecken und als Deckel verwenden. Dein Gepäck wird nicht vom Fließband direkt ins Flugzeug geschoben. Dafür gibt es einen Mitarbeiter, der das gesamte Gepäck fein säuberlich einschichtet, um Platz zu sparen. Das muss ein absoluter Tetris-Profi sein. Du isst Bananen schon dein ganzes Leben lang falsch. Öffne sie nicht mit einem Stiel. Dreh sie um und drücke die braune Spitze zusammen. Die Schale bricht auf und du kannst sie ganz leicht abziehen und vermeidest den Kampf mit dem widerspenstigen Stiel. Der Deckel deines Kaffeebechers ist nicht nur zum Trinken zu gebrauchen. Es gibt noch eine versteckte Funktion. Lege ihn unter deinen Becher und du hast einen perfekten Untersetzer, um Kaffeeflecken zu vermeiden. Hast du es satt, dass deine Cornflakes pappig werden? TikTok hat die Rettung. Statt die Papplaschen offen zu lassen, kannst du sie falten, um die Packung sicher zu verschließen. Falte die schmalen Laschen und eine lange nach innen. Falte die schmalen Seiten der Verpackung v-förmig und drücke sie nach innen. Schiebe die letzte Lasche rein und schon ist die Packung wieder zu. Du wirst überrascht sein, aber Ägypten ist nicht das Land mit den meisten Pyramiden. Das ist nämlich Sudan. In Sudan gibt es 200 bis 255 bekannte Pyramiden, während in Ägypten nur 138 stehen. Pinguine haben Knie. Die süßen kleinen Frackträger sehen zwar aus, als würden nur Füße aus ihrem Rumpf ragt. Tatsächlich werden ihre Beine aber nur von ihrem dichten Federkleid bedeckt. Wenn du Wespen in Frieden lässt, lassen sie dich auch in Frieden. Stimmt's? Falsch. Während das bei Bienen funktioniert, stechen Wespen auch grundlos. Je nach Jahreszeit oder wie nah du dich an ihrem Nest befindest, sind sie mehr oder weniger aggressiv. Wir gießen den Saft schon immer falsch aus dem Tetra-Pack. Statt die Seite mit dem Verschluss nach unten an dein Glas zu halten, musst du die Packung umdrehen. Der Saft fließt so gleichmäßiger und ruhiger und du spritzt nicht den ganzen Tisch voll. Dein Holzschrank ist vielleicht gar nicht aus Holz. Ein virales TikTok zeigt jemanden dabei, wie eine Oberfläche braun streicht. Mit einer Prägelschablone wird dann ein Muster aufgetragen, das es wie echtes Holz aussehen lässt. Sieh dir das Divisionszeichen einmal genauer an. Es ist ein leerer Bruch. Die Punkte sind die Platzhalter für Zähler und Nenner. Nicht alle Wassermelonen sind in rot. Genauso wie Äpfel gibt es sie in verschiedenen Sorten. Sie variieren von gelb über orange, rosa bis weiß. Jede Sorte hat eine einzigartige Form, Größe und Textur. Gelbe und orange Melonen sind viel süßer als die berühmten roten. Schildkröten können ihren Panzer nicht verlassen, um sich etwas Hübscheres zu suchen. Er ist nämlich Teil ihres Körpers. Und zwar so, wie auch unser Skelett Teil unseres Körpers ist. Es gibt keine Beweise, dass Wikinger Hörner an den Helmen trugen. Die Helme mit Hörnern sind ein Trugschluss aufgrund einer Opernszene. 65 Prozent aller Amerikaner glauben, dass wir nur 10 Prozent unseres Gehirns nutzen. Aber das ist Unfug. Hirnscans zeigen, dass fast alle Bereiche unseres Gehirns permanent aktiv sind. Kaffee ist gar keine Bohne. Was wir als Kaffeebohnen bezeichnen, sind die Samen der Kaffeekirsche. Erinnerst du dich, dass deine Mama immer gesagt hat, dass es verboten ist, beim Autofahren das Innenlicht einzuschalten? Das stimmt gar nicht. Verboten ist es nicht. Man sieht nur die Straße schlechter. Elefanten nutzen ihre Rüssel nicht als Strohhalm. Sie ziehen lediglich Wasser in den Rüssel, befördern es dann in ihr Maul. Ja, wie eine Bratenspritze. Sie atmen und riechen mit ihrem Rüssel. Sie würden ganz sicher kein Wasser bis in ihre Lunge ansaugen. Fledermäuse sind gar nicht blind. Das ist ein Mythos. In Wahrheit, sehen sie nachts sogar verdammt gut. Besser als wir.